Vielleicht gibt es auch morgen auf Twitch einen Livestream. Den veröffentliche ich dann. Mal gucken, wie ich das mache. Ob ich es auf Twitch oder YouTube mache, den Livestream. Weil im Moment habe ich gesagt, ich bin einmal... Vielleicht mache ich auf Twitch einen Livestream morgen. Also, falls ihr meine Abonnenten seid und das Video jetzt hier seht, könnt ihr mir gerne auch auf Twitch vielleicht mal folgen. Da ist genau derselbe Name. Da habe ich genauso wie hier auf YouTube. Da könnt ihr mir auch folgen, wenn ihr wollt. Deswegen sagt mir Bescheid, Leute. Und ich rufe jetzt gleich einen Kollegen an, ob der morgen vielleicht bei meinem Livestream dabei sein möchte. Vielleicht ist er dabei, vielleicht auch nicht. Ich versuche mal anzurufen. Also, Leute. Morgen 14 Uhr YouTube oder Twitch. Aktiviert die Glocke und ihr werdet auf jeden Fall auch auf YouTube benachrichtigt, dass ich live bin. Vielleicht mache ich es auch auf beiden. Ich weiß schon nicht, ob das geht. Ich finde das heute noch raus. Auf jeden Fall auf YouTube wird auf jeden Fall der Livestream. Stream wird auf jeden Fall auf YouTube folgen. Also, Glocke aktivieren, abonnieren und dann läuft es bei euch morgen mit dem Livestream. Seid dabei! Euer BenniPlayer18. Falls ihr mich auf den Playtest abonniert wollt, mein Name ist BenniPlayer18. Und auf YouTube heiße ich BenniNoLP. Falls ihr Interesse habt, einfach mal reinschauen. Dann sehen wir uns morgen beim Livestream. Haut rein, Leute! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.